Marvin California Leer liegt meine Mutter und droht mir, mich in Deutschland zu schlachten. Realtalk von Marvin California Ich war gestern unterwegs, habe viele Sachen erledigt und habe kaum auf Handy oder sonst was geschaut habe auch relativ spät erst dann eine Story gemacht und auch den Mods Bescheid gesagt, dass wir leider nicht streamen können weil ich ein paar Sachen zu erledigen hatte und habe dann deswegen natürlich auch nicht mitbekommen was da bei Ruth im Stream abging, was da für Themen waren Anscheinend hat Flair dort zweimal angerufen bei Ruth um sich über mich auszulassen das erste Mal noch ein bisschen zurückhalten und beim zweiten Mal ich war bei beiden Malen nicht im Stream das wollten wir nur so zugetragen von dem ersten Mal gibt es einen Clip da regt er sich irgendwie auf wegen Glücksspiel oder sowas weil ich sage, dass ich das doof fand dass Flair Casino gestreamt hat und ich dann aber bei Gino Casino das lustig finde oder bei Gino Casino denke ey, da schaue ich mal rein das gucke ich mir an dann hat er aber später irgendwie nochmal angerufen und mich dann komplett bedroht, beleidigt und so weiter Warum äußert sich jetzt Marvin eigentlich nicht zu diesem Widerspruch? Also er erwähnt den Widerspruch aber er bezieht gar keine Stellung dazu Wie sieht er das denn? dass er das bei anderen verurteilt und dann mit anderen Leuten ich meine, er führt ja immer einen relativ positiven Austausch mit dem Skurros der ist doch auch durch Casino-Streams, also Glücksspiel erfolgreich geworden oder nicht? Das ist auch so die typische Masche das ist so der typische Wendehals-Move auf Mute gemacht, weil er sich wahrscheinlich auch dachte okay, das ist hier ist nicht mehr Twitch-konform hier was da von sich gibt in dem Stream gestern bei Roos ging es halt sehr sehr lange um mich ich weiß gar nicht, ob es noch andere Themen gab aber es wurde sich erst ein Video reingezogen von warte mal kurz gucken hier Barbara Tuneck wer auch immer zur Hölle das ist jetzt Mensch, das ist ihm ganz zufällig passiert dass er anstatt Barbara Tuneck Barbara Tuneck gesagt hat das ist so dieser, wie heißt der nochmal Martin California ich glaube, wenn es hier nicht gegen mich gehen würde würde man da überhaupt gar nicht drauf reagieren und danach war glaube ich noch ein Jayses Video da ging es auch wieder gegen mich es war auf jeden Fall in dem Stream in dem angeblich selten über mich geredet wurde ging es dann doch wieder relativ üppig um mich ist ja auch alles in Ordnung aber wie gesagt, ich habe davon nichts mitbekommen ich weiß nicht, was dort gesagt wurde über mich aber auf jeden Fall hat Flair dort zugeschaut und hat dann halt im Stream angerufen und mich dann da von Kopf bis Fuß beleidigt ich habe auch gestern nichts gepostet oder sonst sowas was den hätte triggern können dann ist er in meine DMs geslidet weil ich Idiot den immer noch nicht geblockt habe aber ich habe ihn mittlerweile natürlich geblockt aber gestern um 2.23 Uhr nachts eurer Zeit liegt Flair auf seiner Couch schaut RuthStream und schreibt mir denk dran, du Huhnsohn du bist ab jetzt am Ende du kleiner frecher Huhnsohn ich werde dich jagen komm eine Sekunde nach Deutschland werde ich dich schlachten warte ab danach kam noch eine süße Voicemail auf jeden Fall die habe ich natürlich auch noch aufgenommen und am Stüssel für weitere Schritte ich habe den natürlich blockiert letztendlich weil ich ihn auch direkt nach diesen Nachrichten ein paar Minuten später habe ich ihn noch zweimal angerufen jetzt nicht um zu sagen ey Bro, was habe ich denn getan oder sowas sondern einfach nur um ihm nochmal zu sagen ey, okay ich gebe dir jetzt hier eine Chance dich für das zu entschuldigen und für das was du die letzten Monate hier in meinen DMs abgezogen hast ansonsten müssen wir halt hier andere Wege gehen ja das ist keine Drohung das ist nur einfach etwas was ich ihm noch gesagt hätte er ist nicht ans Telefon gegangen dann habe ich ihn geblockt da habe ich heute Morgen einen Tweet verpasst hi at Polizei Berlin der Rüpelrapper Flair belästigt mich seit Monaten mit Drohnachrichten und Anrufen ich habe sehr Angst vor ihm an wen kann ich mich wenden um nächste Schritte einzuleiten ich würde gerne wieder nach Deutschland kommen aber er will mich dann jagen liebe Grüße die Polizei Berlin hat sich dann auch relativ schnell auch bei mir gemeldet und mir weitere Schritte erklärt die Polizei Berlin kennt diesen jungen Mann natürlich auch schon in und auswendig und dann habe ich mich natürlich bedankt bei der Polizei Berlin nicht nur in meinen DMs sondern natürlich auch nochmal mit einem Tweet ja wo ich dann gesagt habe Update die Polizei Berlin hat sich bei mir gemeldet und mir weitere Schritte erklärt danke nochmal hier ganz öffentlich für das schnelle Reagieren Respekt an unseren Freund und Helfer die Polizei meine Lieblingsgroßfamilie in Deutschland Kuhn hat dich zu Recht kritisiert der war da hier Kuhn direkt 31er genau ja also logischerweise ja meine Mutter ist eine brave aufrechte Bürgerin die in Deutschland brav und aufrecht ihre Steuern zahlt und dann natürlich als unschuldige Person die nicht in der Öffentlichkeit steht ja sich nicht von so einem Ekelpaket so einem Abschaum beleidigen lassen zu müssen ja und auch nicht irgendwelche Fotos von ihr in seiner Story leaken sollte kurze Frage also an der Stelle schon mal kurz vorweg natürlich verurteile ich diese Aktion das geht gar nicht klar die Eltern vom anderen zu leaken auch wenn ich habe ja auch den Schlagabtausch von ihm und Flair in den Insta-Stories gesehen wo Flair sich auch darauf berufen hat dass dieses Profil von der Mutter öffentlich ist ich habe es nicht extra nachgeschaut aber es sah auf jeden Fall wie ein öffentliches Facebook-Profil aus es ist trotzdem nicht okay es ist es bringt ja ruft ja trotzdem Leute auf den Plan darüber ist man sich auch bewusst wenn man eine gewisse Reichweite hat und deswegen also das kann man nicht gut heißen auf gar keinen Fall das ist für mich aber auch überhaupt gar nicht Kern der Sache sondern ich bleibe eigentlich die ganze Zeit immer bei Marvin der gute Marvin ist ein absoluter Wendehals und hat halt jetzt hier mit der Sache den absoluten Traumpass zugespielt bekommen auch wenn es ein bisschen makaber klingt ich weiß natürlich ist es nicht schön wenn die eigene Mutter reingezogen wird die Art und Weise wie er damit aber umgeht ist für mich so relativ durchschaubar dass er das ganze Ding für sich instrumentalisiert und sich zunutze macht um halt von den Punkten abzulenken die eigentlich für ihn unangenehm waren in der letzten Zeit und ich habe gestern auch ein interessantes Telefonat geführt und das hat auch was mit Marvin zu tun und dazu werde ich euch später was erzählen jetzt gucken wir erstmal hier weiter mit Vor- und Zunahmen ja das was Flair gemacht hat vor wenigen Minuten ja und deswegen gehen wir natürlich da den Weg des Gesetzes den Weg der Justiz und werden damit voller Härte vorgehen und was ist natürlich völlig klar ne und ich würde euch auch nur selber empfehlen macht das genau so ja macht euch an niemanden die Hände schmutzig oder reitet euch in irgendeine Scheiße oder in irgendeinen Trouble ja ihr zahlt alle eure Steuern und das ist sozusagen was ihr abdrückt an den Staat und der Schläger der Schläger-Trupp des Staates sind die Männer in blau oder Männer und Frauen in blau ok wollen wir mal politisch direkt bleiben kommt hier nicht mit aber dann bin ich nicht Straße oder dann bin ich aber kein richtiger Mann also für mich ist ist es definitiv nicht männlich mit Anfang 40 irgendwelche Storys zu machen und Eltern von irgendeinem vermeintlichen Kontrahenten mit dem er mit dem Streit ist zu leaken ja das ist das Unmännlichste was es gibt auch so diese ganze ACAB-Gelaber gerade wie gesagt seitdem ich hier auch in Amerika mal ein paar Polizisten kennengelernt habe und ein bisschen auch mich so reingefuchst habe in den diversen Alltag von den Officers hier auf der Straße die jedes Mal wenn sie ein Auto anhalten einfach damit rechnen müssen dass da drinnen jemand sitzt der ihnen in den Kopf schießt das ist halt einfach komplett unironisch sein Ernst also das ist ja das ist ja richtig infantil wie so ein kleines Kind die Auffassungsgabe von einem kleinen Kind also er hat jetzt ein paar Officers kennengelernt und die waren halt super sympathisch zu ihm was sollen sie auch anderes machen wenn ihr jemanden auf normaler Basis kennenlernt normal ist der nett sagt ja auch kein Mensch dass jeder einzelne Polizist ein absolutes Dreckschwein ist und keiner nett sein kann aber das hat ihn jetzt davon überzeugt dass die einen super Job machen in den USA in den USA wo es einfach nachweislichen Problemen mit Polizeigewalt gibt wo junge schwarze Menschen von der Polizei umgebracht werden und das einzige was ihnen dazu einfällt ist dass die Angst haben müssen in einer Polizeikontrolle dass aus dem Auto rausgeschossen wird was ja einfach an dem Staat liegt der das den Bürgern erlaubt Schusswaffen mit sich zu tragen und vor allem was zur Hölle hat das dann bitte mit einem deutschen Rapper zu tun der ACAB sagt so also ich mag Verallgemeinerung auch nicht mehr deswegen also ich hab das früher auf Songs oft benutzt ACAB und für mich war das schon immer so ich hab das so gemeint dass ich schon damals halt mit Cops halt schon negativ auftretende Polizisten gemeint habe sonst hätte ich Polizisten AOR Bastards oder sowas aber ich hab trotzdem aufgehört das zu benutzen weil ich will nicht so pauschalisieren das ist eigentlich tut man damit fast immer unrecht trotzdem ist die Aussage an sich eine systemkritische und die Intention dahinter ist ja halt einfach dass man aufdeckt dass man ein Problem mit dem Polizeiapparat an sich hat der halt grundsätzlich problematisch ist und erneuert werden müsste in den USA ja erst recht aber ich find's lustig das ist so seine Auffassungsgabe von wie er so Dinge einschätzt aber das ist auch nur eine Randnotiz gucken wir weiter hab ich da auf jeden Fall eine ganz andere ganz andere Meinung zu als die harten Gangster Rapper an der Stelle als Flair bei Roos angerufen hat wie gesagt hat er sich sehr sehr krass im Ton vergriffen Flair hat mir auch schon sehr oft gedroht auch bevor ich bei ihm zu Hause war ja wo wir in meiner Zeit lang cool waren hat er mir schon sehr sehr oft gedroht was mich sehr sehr traurig gemacht hat und sehr sehr wütend gemacht dass er J.J.G. gedroht hat ey Leute J.J.G. ist so ein Lieber J.J.G. ist so ein Lieber der ist so harmoniebedürftig und so sensibel ihr glaubt gar nicht also ich hatte mit J.J.G. auch schon mal die eine oder andere Meinungsverschiedenheit wegen Sachen wo wir unterschiedlicher Auffassung waren und der der hat sich da so eine Platte gemacht der hat sich da so viel Gedanken gemacht und da hab ich richtig gemerkt wie wie sehr es ihm am Herzen liegt einfach mit Leuten kein Problem zu haben und J.J.G.G. auf eine sehr sehr respektlose Reaktion von Flair Hi Muzi ihn anrufen zu müssen einen jungen Familienvater und ihm und seiner Familie zu drohen das ist Flair meine Freunde das ist die neue deutsche Welle Flair denkt sich ich scheiß da drauf ob der eine junge Familie hat ich scheiß drauf ob der sich um sein kleines Baby kümmern muss ich scheiß drauf ob seine Frau bei ihm wohnt ich rufe ihn an und bedrohe ihn von oben bis unten ja also guck mal hat er recht die Sache jetzt nur wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist es ist ja immer leicht einen rauszunehmen aus dem Gesamtkontext und sagen guck mal der der hat Frau und Kinder ich sag jetzt mal was wenn man sich in der Rap Szene befindet ja passieren keine Ahnung Alter wahrscheinlich in Deutschrap seit 20 Jahren immer wieder solche Beefs und da wird auch gedroht und ich würde mal behaupten so gut wie jeder in dieser Szene hat irgendwelche Angehörigen hat eine Mutter hat einen Vater hat Geschwister hat Onkels Cousins Tanten Nichten Neffen vielleicht selber Kinder das heißt fast immer wenn du jemanden attackierst kann es sein dass der Familienangehörige hat so was willst du jetzt machen willst du jetzt in der Rap Szene nicht mehr agieren so na klar bei Jay Jiggy er ist ich weiß jetzt nicht was ich sagen soll weil Flair selber sagt er ist kein Rapper ich glaube aber dass Jay Jiggy sich selber schon als Rapper identifiziert und wenn Beefs passieren dann gibt es natürlich Gangster Rapper die härter schießen nicht dass ich das gut heiße die Sache ist bloß wenn du überlegst halt innerhalb vom Rap Kosmos immer wenn irgendein Beef passiert und immer wenn jemand beleidigt wird oder es noch weiter geht hat er höchstwahrscheinlich Familienangehörige dann musst du das ja grundsätzlich verurteilen dann könnte man auch alle durchgucken mit denen sich Marvin jetzt so solidarisiert oder die bei ihm kommentieren unter seinem Instagram Foto die vielleicht auch Gangster Rapper sind mit wem die den Beef gehabt haben wen die vielleicht bedroht haben der vielleicht auch Familienangehörige hat wie weit will man dieses 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 Rad noch drehen wo endet es so niemand ist da ist da ist da unbefangen auch Marvin nicht deswegen ist es lächerlich so krass sich darauf zu berufen dass er die Sache mit seiner eigenen Mutter thematisiert ist sein Recht wie gesagt diesen diesen Ball hat er auch zugespielt bekommen und das verurteilen ist natürlich sein gutes Recht aber jetzt zum Beispiel dieses Beispiel mit Jay Jiggy mit rein zu holen das ist meiner Meinung nach einfach eine 100%ige Blendgranate so wie ich Marvin ja schon die ganze Zeit beschreibe er versucht einfach davon abzulenken dass er jetzt eigentlich schon seit ein paar Wochen dafür kritisiert wird dass er in der Sinan-Debatte mal wieder sein Gesicht gezeigt hat nämlich dass sein Wendehals ist so wer Jay Jiggy kennt weiß dass der sich sowas zu Herzen nimmt wer Jay Jiggy kennt weiß dass der in therapeutischer Behandlung war Malaka du hast uns geamst mit diesem Leak welcher Leak und nicht wie soll ich das sagen nicht so stressresistent ist wenn es um so etwas geht obwohl das alles bekannt ist ist das einem Flair scheißegal weil er ein empathieloser Kek ist er ist einfach ein abgrundtief böser Mensch und das lustige ist dass er der derjenige ist der bei Bushido der größte Kritiker war ey der unterdrückt alle der macht das und das der macht das und das und das lässt mich wieder mal zu dem Entschluss kommen dass ein Flair wenn er die gleiche Mitte gehabt hätte zehnmal schlimmer gewesen wäre als Bushido zu seinen schlimmsten Zeiten vergleich das bitte nicht mit Manuelsen weil da würde ich differenzieren ach so und warum auch Manuelsen hat in in der jüngeren Vergangenheit vielleicht sich auch nicht mit Ruhm bekleckert unsouverän reagiert unter die Gürtellinie gegangen und alles drum und dran aber bei Manuelsen glaube ich unsouverän reagieren unter die Gürtellinie gegangen der hat genau so wie Flair Leuten gedroht und so wie viele andere Gangster Rapper kein Meter anders als Flair das ist doch jetzt echt heuchlerisch von Marvin oder nicht so ihr wisst ja wie ich das sehe ich habe das ja schon beim letzten Stream so ein bisschen gesagt jeder der kein Akteur in der Rap Szene ist sowieso aber jeder der in der Rap Szene ist und auch nie signalisiert hat dass er irgendwie Interesse hat an so einem physischen Hickhack und sowas der hat das gute Recht zu sagen ey ich will das nicht mir macht das Angst Hilfe Polizei so fertig aus aber grundsätzlich sind diese Ansagen in der Deutschrap Szene nicht alle gleich ernst zu nehmen wie wenn die jetzt wirklich alle auf der Straße in der Unterwelt oder im Milieu passieren Bro Rap ist wie Wrestling so ich würde behaupten 90% dieser Ansagen passiert original gar nichts selbst bei richtig krassen Gangster Rappern die sogar voll den heftigen Rücken haben passiert meistens überhaupt nichts absolut gar nichts was ist Shindi passiert was ist Bushido passiert was ist Kapi passiert also die Liste könnte man endlos fortführen es ist vorgekommen dass was passiert aber wenn du das vergleichst in der Relation mit der Menge an Ansagen die die ganze Zeit gemacht werden bin ich der festen Überzeugung das könnt ihr mir gerne glauben weil ich mittlerweile auch schon mehrere Stunden mit ihm telefoniert habe in diversen Gesprächen dass er tief im Inneren ein gutes Herz hat ich glaube Manuelsen ist einfach jemand der sehr viele Kriege geführt hat Manuelsen ist jemand der Blair auch sehr viel durchgemacht hat sehr viel Schmerz erfahren hat Blair auch der war doch in einem Heim oder seine Mutter hatte Probleme mit seiner Mutter hat der nichts durchgemacht oder was deswegen sobald jemand ihm ans Bein pisst so diesen diesen Abwärme Mechanismus hat dass er zurückpissen muss weil das einfach Traumata sind die der in sich hat vielleicht lässt er sich auch ein bisschen zu sehr fehlleiten von irgendwelchen DMs die ihm sagen Manu Abi warum machst du nicht so und so und bla 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 ja Manuelsen ist jemand der sehr emotional ist und wenn er sich getriggert fühlt oder wenn er sich ungerecht behandelt fühlt der sieht dann rot aber bei Flair ist es anders Flair ist es anders Flair ist perfide Flair ist manipulativ Flair mag es Leute zu gaslighten das trifft alles auch auf Marvin selbst zu alles Flair mag es Leute zu unterjochen das trifft auch auf Marvin zu genau das hat er letztes Jahr bei mir versucht Jaysus der Hobby Rapper Jaysus irrelevant Jaysus hat nix jetzt macht das ja auch wieder Jaysus buhlt um jeden Raid der ist jemand der nachweislich darauf steht Leute zu mobben zu unterdrücken und deswegen macht er auch eine Welle bei irgendwelchen YouTubern ist aber relativ kleinlaut wenn es um Rapper Kontrahenten geht und ich glaube auch dass ein Manuelsen niemand ist der jetzt zum Beispiel auch die Mutter von irgendeinem Kontrahenten in seiner Story posten würde das weiß ich nicht kann sein ja wie gesagt die Sache mit der Mutter ist zu verurteilen fertig weil wie gesagt auch die Sachen die jetzt ein Flair in seiner Story gepostet hat wurden Manuelsen geschickt aber Manuelsen hat mir geschrieben und hat mir gesagt egal was zwischen uns ist oder sowas sowas werde ich niemals hier releasen oder sowas wollt ihr noch Bescheid sagen ne wir haben in dem Telefonat gar nichts geklärt ich erzähle gleich von dem Telefonat dass Leute hier sowas rumschicken das ist der Unterschied zwischen einem Manuelsen und einem Flair ich sag nicht dass Manuelsen Engel ist ich sag euch was der Unterschied zwischen Manuelsen und Flair ist für Marvin gerade Manuelsen ist gerade kein Problem für Marvin das ist der einzige Unterschied für Marvin hätte er gerade kein Problem mit mit Flair sondern mit Manuelsen hätte Manuelsen ihm gedroht dann würde er jetzt 1 zu 1 genau das gleiche über Manuelsen sagen 1000% da verwette ich meinen Arsch drauf das ist wirklich der Typ ist so leicht zu durchschauen ich sage dass man differenzieren müssen zwischen den beiden das ist nicht eine Stufe Flair ist auf einer Stufe alleine ganz ganz weit unten ich hab natürlich ja jetzt auch gerade als er diese Story da gepostet hat hatte ich natürlich dann auch sehr sehr krasse Aggressionen in meinem Körper ja ich hab mir gedacht okay jetzt liegst du denen seine Adresse und machst aus seinem Reihenhaus die nächste Drachenschanze das würde mich ja zwei Klicks kosten dann machen wir da Community Treffen vor seiner Haustür genau dann machen die da Community Treffen und dann geht Marvin vor Flair sein Haus alles klar Marvin alles klar dann mach doch einmal sowas mach doch mal einmal sowas wenn du so krass bist ich finde das sowieso absurd er schreibt der Polizei Berlin auf Twitter bitte helfen sie mir Marvin hat Flair hat mich bedroht ich hab Angst und dann will er aber einen Tag später glaube ich vor das Haus von Flair am liebsten gehen und was willst du dann da machen Marvin was willst du dann da machen Mülleimer leeren oder was was willst du dann da machen vor dem Haus das ist doch lächerlich Ticker und Basta aber so bin ich nicht ich will so nicht sein du bist nicht so du kannst auch nicht so sein ich will solche Gedanken nicht mehr haben und das Schlimme ist dass es weil es so lesen wir uns kurz den Prostagma durch kann sein dass der Prostagma eine Sperre umgeht ich kann Marvin auch nicht sonderlich leiden aber man merkt schon dass du jetzt nur auf ihn gehst weil Ruth in seinem neuen Bushido in ihm seinen neuen Bushido entdeckt hat und du einfach nur mit draufhauen willst und aus ganz vielen kleinen Mücken riesige Elefanten fabrizierst das ganze Thema wurde so unnötig aufgebaut schau mal lieber Prostagma37 oder wie du davor mit einem anderen Username bei uns im Chat gehießen hast würdest du ehrlich sein und hättest du gesehen was ich in den letzten zwei Jahren für eine Vorgeschichte mit Marvin habe dann wüsstest du ganz genau dass ich nicht einfach so auf Marvin rumhacke sondern dass Marvin letztes Jahr nach einer nach einer Auseinandersetzung genau das mit mir gemacht hat wo ich mich ganz alleine gegen ihn gewehrt habe und er war mir medial so überlegen das war David gegen Goliath reichweitentechnisch dass er er hätte mir wirklich gravierend geschadet wenn sich Ruth nicht hinter mich gestellt hätte und Ruth hat sich nicht einfach so hinter mich gestellt sondern weil ich im Recht war und das hat Marvin am Ende selbst eingesehen und sich dafür entschuldigt dieses Jahr macht er wieder genau das gleiche und verhält sich wieder genau gleich wie letztes Jahr ich habe es in den letzten Wochen immer wieder immer wieder erklärt darüber geredet und ihm vorgeworfen er hat sich die ganze Zeit rausgeredet hat irgendwann drei Videos lang glaube ich nur noch über den Chat von Ruth geredet wie schlimm der Chat von Ruth ist wie toxisch weil er gar keine Argumente mehr hatte und jetzt jetzt hat er diesen perfekten Ball zugespielt bekommen dass Flair diesen Blödsinn gemacht hat mit dem Leak und sowas und jetzt kann sich Marvin darauf berufen jetzt perfekt für Marvin super jetzt 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 kann er nur noch darüber reden und da darauf weise ich hin ich hacke nicht grundlos auf dem rum und gar nichts überhaupt nicht ich habe meine guten Gründe dafür und ich scheiße auf ihn und ich scheiße auch auf diese anderen Leute mit denen der gut ist wo es ihm vorher auch scheißegal war bei mir Belash Boogie und was weiß ich wen alles ach komm Alter solche toxischen Menschen in unserer eigentlich sehr schönen Deutschrap Szene gibt hier schreibt Big Monte Söder Fan was für ein Name ich weiß dass ich war damals noch ein Abonnent von Marvin das war gottlos von Marvin am Ende hat er eine 6 Stunden Reaction dazu gemacht war echt peinlich und was hat er in dieser 6 Stunden Reaction gemacht auf mich rumgehackt gemobbt genau das was er jetzt versucht aus Flair zu machen wo er auch seine Punkte hat genau das hat er letztes Jahr bei mir versucht genau das das was er nämlich vorher gesagt hat wäre ein Flair in der Position von Bushido gewesen der wäre noch tausendmal besser schlimmer gewesen nur Gott weiß nur Gott weiß wie schlimm Marvin in dieser Position wäre kein Mensch weiß was dann passiert wäre mein Gott dass man dann solche Gedanken hat Alter ja ich will nicht so sein ich weiß ihr habt gesehen in den letzten zwei Jahren ein bis zwei Jahren habe ich versucht an meinem Ego an meiner Aggression an meiner Wut an meiner Rachlust zu arbeiten hat auf jeden Fall gar nicht funktioniert ich hoffe es war sichtbar dass ich dass ich an mir arbeite dass ich versuche also dass er an sich arbeitet hatte ich auch das Gefühl aber jetzt mittlerweile sind wir an dem Punkt angekommen dass ich sag es genau gleich wie letztes Jahr Fortschritte zu machen aber dann dann drücke ich hier auf Pause hol mir einen Kaffee und geh mit solchen Gedanken in die Küche Digga und erschrecke mich dann vor mir selber ich will sowas nicht denken ich will nichts mit diesem ekelhaften Typ zu tun haben es ist so schade dass der Teil dieser Szene ist ihr glaubt gar nicht wie viel Support ich aus der Deutschrap Szene bekommen habe als ich diesen Screenshot gepostet habe von Flair seinen Drohnachrichten wahrscheinlich weil die sowieso in der oder in ähnlicher Form schon so ziemlich jeder mal bekommen hat in seinem Leben es haben sich so viele Rapper und naja so Akteure der Deutschrap Szene Influencer wie auch immer du sie nennen möchtest ähm haben sich bei mir gemeldet auch Leute mit denen ich eigentlich nicht mehr so gut war in in der letzten Zeit sich wieder bei mir gemeldet und ähm haben mir oder auch Marvin hat sich bei denen gemeldet da hat mir ein Vögelchen was gezwitschert zu 100% Support zugesprochen und haben mir gesagt äh wenn du irgendwas brauchst oder sowas oder wenn wir da irgendwie äh Kontakte spielen lassen sollen melde dich ja wir sind gut connected ähm keiner macht so und so keiner macht so und so der ist ein äh äh Dampfplauderer bla 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 und ähm ja dann nutzt es doch dann zieh dann bau doch beide Seiten gleich mit ein Polizei und noch ein paar Street Leute super ja auch äh Leute direkt aus Berlin logischerweise ja und das ist natürlich etwas sehr sehr schönes Leute hab ich es versucht mit Vernunft hab ich es versucht mit nett sein hab ich es versucht mit Erwachsenen zu reagieren hab ich es versucht hast du nicht beleidigt ich weiß es nicht war ich nicht geduldig Leute ich weiß nicht hab ich ihn nicht sogar immer für euch verteidigt die haben gesagt ja ey komm Alter ja so wie du jetzt andere Leute verteidigt so lange wie es dir in den Kram passt aber irgendwann ist Schluss Flair das Problem ist bei Leuten wie Flair dass der Nettigkeit als Schwäche sieht wenn du den nicht 100%ig oder irgendwas beleidigst denkt der der hat gegen dich gewonnen das ist so diese typische äh Idiotenmentalität ich bin der der am lautesten brüllt also hab ich recht und wenn du nicht genau dann brüllst sondern vielleicht sogar auch äh Sachen eingestehst oder Sachen halt auch akzeptierst und Feedback annimmst bist du das Opfer dann hab ich dich geopfert das heißt aber nicht umsonst wer laut wird hat Unrecht ja ey bro schreien ist doch einfach auch nur ein Mittel der Dummen die sich nicht weiter zu helfen wissen jeder weiß ja wo Flair wohnt ja also in Berlin vielleicht ja ach man ey das ist echt so schade man das ist echt so schade Digga das sagt der voll gerne dieses echt so schade was das krasse ist der mag mich ja der mag mich eigentlich aber mit dieser Abwechung ja okay Glaze ich glaube der versteht gar nicht was er falsch gemacht hat und versteht nicht dass wenn ich nach Deutschland komme und in Berlin mehrere Tage bin und der Einzige der nicht mit dem ich mich nicht treffe er ist dass er vielleicht mal ein bisschen nachdenken sollte woran das liegt aber es liegt natürlich an mir weil ich ein Wichser bin weil ich ein Verräter bin weil ich ein Heuschler bin Doppelmoral das mit Flair geht schon so lange hinter den Kulissen wen der alles schon bedroht hat ihr glaubt das gar nicht wir werden immer wieder Leute auch immer wieder slide auch Leute meine DMs und machen so und so so und so ey guck mal hier Flair hat mir das und das geschickt Flair hat mich so und so beleidigt immer auf Mutter immer ich schlag dich kaputt ich mach dies ich mach das ich hab mir halt auch gedacht ey Digga ja genauso wie ABK das macht und auch in der Vergangenheit schon gemacht hat ist das richtig und zwar muss man solche Leute exposen weil anders lernen die es nicht mir war natürlich klar dass wenn ich heute in die Offensive gehe Flair seine ekehaften DMs zeige öffentlich bekannt mache dass ich ihn anzeigen werde dass der Typ ähm natürlich wütend darüber sein wird not amused sein wird und mir war natürlich auch klar dass er das Niveau noch weiter sinken lässt ne damit was er gemacht hat ja dass er dann äh ein Foto von meiner Mutter gepostet hat mit Vor- und Zunahmen seiner Story ähm damit den natürlich die Mutter trotz allem selber auf Facebook angegeben hat wie ich schon vorher gesagt habe natürlich wären und das ist auch Teil der Wahrheit die meisten ohne Flares Post wahrscheinlich nicht auf das Profil drauf gekommen trotzdem dass deren Vor- und Nachname dort zu lesen ist liegt natürlich daran dass du ihn bei der Anmeldung bei Facebook angibst und das musst du ja nicht hab ich auch zum Beispiel auch nie gemacht hab ich natürlich nicht gerechnet ich hätte nicht mal gedacht dass Flair so ein Abschaum ist ja obwohl ich schon wenig von ihm gehalten hab hätte ich nicht gedacht dass er so ein ekelhafter Typ ist und Karma wird dir das alles zurückzahlen du kannst ja warum hat er das eigentlich warum hat er das eigentlich nicht gedacht also er denkt ja dass er ein ekelhafter Typ ist aufgrund der Sachen die Flair gemacht hat jetzt mal Frage an euch hat Flair solche Sachen davor nicht so gemacht hat Flair nicht davor zigmal Beef mit anderen Leuten gehabt wo es auch immer Ansagen gab und Postings und Leaks und sonst irgendwas hat Flair das nicht eigentlich immer so gehandhabt weil er halt einfach diese Art und Weise hat diesen diese Street Mentalität dass er Dinge so klären will wie auch immer man das finden mag und jetzt hätte Marvin das nicht gedacht merkt ihr wie widersprüchlich das ist also er hätte es nicht gedacht einfach bloß weil es ihn nicht betroffen hat deswegen hätte er es nicht gedacht hätte er es hätte er darauf geachtet oder hätte er auch nur ein Millimeter Interesse dafür gehabt was mit anderen ist dann hätte er sich das ja denken können was passiert wenn er mit ihm Streit hat ich als Normalo möchte keinen Stress mit Leuten auf der Straße das ist nicht mein Spielfeld aber wenn ich mich dahin begebe muss ich mir darüber im Klaren sein hey guck mal versteht mich nicht falsch Marvin darf trotzdem sagen ja ich hab Angst Marvin darf trotzdem sagen Hilfe Polizei aber ich darf trotzdem Marvin kritisieren und sagen ich kauf das Marvin aber nicht ab ich glaube dass Marvin egal wie betroffen er sein mag das will ich ihm nicht absprechen ich sag auch nichts gegen Marvin seine Mutter und ich befürworte das auch nicht das ist auch nicht okay Mutter zu liegen und Gewalt anzudrohen jemandem der nicht nach Gewalt gefragt hat oder Bereitschaft signalisiert hat auch wenn wir dazu auch gleich kommen bei Marvin aber er nutzt das Thema für sich er stand in der letzten Zeit stärker unter Kritik von mir von Mock von Bababatunek von Ruth und er ist diesen Vorwürfen die ganze Zeit ausgewichen und jetzt hat er diesen Ball zugespielt bekommen den nutzt er jetzt perfekt für sich jetzt konzentriert er sich nur noch da drauf werdet ihr sehen so und was man sich halt auch überlegen muss ne mit wem solidarisiert sich äh Marvin wenn er das so schlimm findet mit Belas und Boogie Belas vor zwei oder drei Jahren bei dem Beef den ich mit ihm hatte auch direkt Gewalt angedroht egal jetzt ob man das ernst nimmt oder nicht es sind eh lächerlich die zwei Bonbirnen aber er hat es mir angedroht ja du wirst einen Chincheck bekommen und bla bla und so weiter und so fort äh Mutter leaken hat auch der Ali Osman in seiner Telegram äh Gruppe gemacht so da ist das kein Problem gucken wir weiter zu überlegen was ich mit Karma meine ja das soll ja wie gesagt das ist alles sind alles keine Drohungen aber Karma wird dich dafür richten Karma wird dich dafür richten mein Freund okay und ähm trotz der Tatsache dass mir das natürlich klar war dass hier ähm Flair dann äh immer ekelhafter wird dachte ich mir für Harmonie im Deutschrap und auch für meinen Seelenfrieden und auch für Jungs die ich sehr sehr ins Herz geschlossen habe und die keiner Fliege was äh äh getan haben muss ich das machen für so Jungs wie Burak und Jay Jiggy die nie jemandem etwas angetan haben da sind nur zwei Beispiele mit denen ihr glaube ich alle was anfangen könnt ne Burak von TV Straßensound Liebe geht raus Grüße geht raus und natürlich Jay Jiggy genauso Liebe geht raus Tubo genauso ja er ruft einfach bei Burak an nachdem er mit Belasch geredet hat über äh ähm in seinem TV-Straßensound-Format eine Woche nachdem er bei äh Burak zu Hause war in Berlin ja und droht ihm er kommt zu ihm und bringt ihn um und dies und das und ananas Burak ist kein Straßen äh Mofo ja und ist natürlich schön ja man schläft da natürlich ruhig und behutsam in seiner eigenen Bude ein und bei Jay Jiggy wie gesagt das gleiche der Mann hat Familie der Mann ist sehr harmoniebedürftig jeder hat Familie jeder hat Familie es gibt wirklich kaum Menschen die komplett ohne Familie auf dieser Welt leben vielleicht gibt es ein paar aber ich würde behaupten in der Deutschrap Szene haben 99,9% Familie alle haben irgendwie Familie wo ist jetzt der Punkt was willst du jetzt machen willst du jetzt jeden mit Samthandschuhen dann ist man im Deutschrap auch irgendwie an der falschen Adresse Hand aufs Herz all das interessiert einen Flair nicht und als ob das nicht schon reicht setzt er sich heute mit Roos in ein Interview und fängt schon wieder an den Jay Jiggy zu fronten ähm wie heißt der Jay Jiggy Bruder der Typ denkt wirklich er ist ein Rapper der ist doch komplett wahnsinnig nachdem alles was ich gerade gesagt habe über Jay Jiggy auch in seinem Schädel bekannt ist setzt er sich hier ins Interview und frontet den Jiggy wieder das geht nicht in meinen Kopf rein und ich habe mich immer am Anfang noch gefragt ja was haben die denn alle gegen den guck mal ihr müsst euch das mal ihr müsst euch das mal geben wie heuchlerisch das von Marvin ist also er hat gerade vorher eine Fallhöhe aufgebaut in denen er beschrieben hat was der Jay Jiggy für ein feinfühliger Mensch ist wie empathisch und harmoniebedürftig der ist und dass der Familie hat und Frauen Kinder und was weiß ich und dann zeigt er eine Stelle von Marvin wo von von Flair wo er sagt dass Jay Jiggy kein Rapper ist so was hat was hat Marvin letztes Jahr bei mir gemacht was hat er nochmal über mich gesagt der hat mir mein Profi-Rappertum abgesprochen ja der Jays ist nur ein Hobby-Rapper so was war denn bei mir habe ich keine Familie da mache ich mir keine Gedanken bin ich nicht harmoniebedürftig so du hast ja so schöne Telefonate immer mit mir geführt Marvin was war denn bei mir da als du mir mein Rappertum da war das nicht so schlimm jetzt hier bei ihm gerade ist es quasi so als ob er mit einer Kalaschnikow auf Jay Jiggy geschossen hätte wie gesagt ich heiße nichts gut ich muss mich auch nicht gerade machen für die für die Sachen die er sagt aber wie krass durchschaubar kann man das eigentlich machen dass man einfach halt versucht überall alles anzukreiden links rechts oben unten Hauptsache um von der Kritik an sich selbst abzulenken ich sag's euch so egal was der euch erzählt ich sag es euch der O-Ton von allem was Marvin gerade so Content mäßig macht ist Ablenkung Ablenkung von dem was die letzten Wochen immer lauter geworden ist an Vorwürfen von unserer Seite genau das macht Marvin das ist sein O-Ton gerade darum geht's eigentlich ja keiner kommt klar mit mir ist vielleicht auch nur so ein aber gedroht hat er dir doch nicht ach gedroht hat er mir nicht Marvin hat mir Marvin nicht gedroht also wirst du dem Hobby Rapper damit hat ja Marvin mich gemeint ist total total voll in Ordnung dass er es da gesagt hat weil ich hab ja keine Familie und keine Emotionen so wie Jay Jiggy wenn Flair das über ihn sagt wirst du dem Hobby Rapper in Zukunft keine Aufmerksamkeit schenken nach den ekelhaften Aussagen über mein Elternhaus meine Hautfarbe meine Nationalität meine Heimat meinen Werdegang wird dieser Hobby Rapper von mir keine Aufmerksamkeit mehr bekommen alles weitere dann im Spätsommer vor Ort so was heißt es alles weitere im Spätsommer vor Ort was will denn Marvin im Spätsommer vor Ort also hier in Stuttgart dann machen was will der denn dann machen so natürlich ist das ein Witz weil Marvin kann gar nichts machen wenn er vor Ort wäre der kann gar nichts machen der kann mir einen Tee bringen aber was ist das in der Intention was will man denn damit sagen ich komm zu dir vor Ort und dann klären wir das so der Typ der so rumheult Polizei bitte helfen sie mich also bitte wie gesagt ich kann es nicht oft genug wiederholen ich finde es nicht gut wenn Leute bedroht werden die mit Gewalt und sowas nichts zu tun haben ich finde es nicht gut wenn Mütter geleakt werden und sonstiges aber ich lasse mich nicht ablenken ich lasse ich lasse den Diskurs vor Marvin nicht verschieben es gibt berechtigte Kritik an Marvin der Marvin ist jemand mit so einer großen Reichweite in der Deutschrap Szene und der ist nicht ehrlich der ist nicht ehrlich der ist ein Wendehals der ist ein NPC wie ich jetzt gelernt habe weil der immer den gleichen Text runterrattert der keine Substanz hat und der führt die Leute hinters Licht der ist ein richtig intriganter Manipulator so gucken wir weiter Franz Ding von Flair nee ist es nicht ist es nicht keine Drohung wie Flair wenn er sich das trauen würde dann würde er auch genau die gleiche Drohung schreiben glaub mir mal hundertprozentig aber dazu kommen wir auch noch am Ende der Reaction warte ab Hautfarbe ja Marvin gehört zu einer zu einer sehr unterdrückten Minderheit ähm der 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 Matthies Hautfarbigen das ist einfach ein abgrundtief böser Mensch dem nichts Matthies heißt es doch oder außer Geld und Uhren und Mode ein sehr oberflächlicher Typ auf jeden Fall ähm ist das nur ein Beispiel wie skrupellos dieser Mensch ist und wer diesen Typen supportet in Zukunft sollte sich wirklich mal hinterfragen keine Ahnung ich habe schon viel Scheiße in der Deutschrop Szene erlebt aber nichts toppt Patrick Lusensky nichts nichts das habe ich mich schon mit irgendwelchen ekehaften Hintermännern äh am Telefon gefetzt natürlich natürlich jetzt kommt wieder das Helden-Epos von Marvin er geht mit einem Community-Treffen vor vor das Haus von Flair er fetzt sich mit irgendwelchen Hintermännern mein Bruder du fetzt dich mit gar niemanden wenn dich irgendwelche Hintermänner anrufen und und am Telefon schau ja sehle mir dann sagst du gar nichts ich habe ich habe jetzt mittlerweile oft genug mit Marvin telefoniert um zu wissen wie er am Telefon ist der ist wie eine Maus am Telefon ganz nett alle Ehrenmänner im Vergleich zu Flair alle alle Ehrenmänner im Vergleich zu Flair das hat jetzt Marvin einfach so gesagt also alle irgendwelche ekelhaften Rückenmänner mit denen Marvin sich am Telefon gefetzt hat die sind alle Ehrenmänner im Vergleich zu Flair sehr interessant sehr interessant würde mich interessieren hat er mit Ali Osman telefoniert hat er mit Carsten Stahl telefoniert hat er mit Boogie telefoniert oder mit Bela der größte Unterdrücker der Deutschrap Szene ist Flair ich sage euch es wie es ist gut das ist Marvin seine Meinung fragt ein Jay Jiggy fragt ein Tubo fragt ein Burak fragt wen auch immer fragt egal welchen welchen Kanal ihr irgendwo mal verfolgt habt ey wie ist deine Meinung zu Flizzy fragt die mal privat vielleicht trauen die sich öffentlich nicht dazu was zu sagen aber ich hoffe dass das hier auch der Startschuss ist von einer wunderbaren Beziehung das ist dann unsere Szene einen Säuberungsprozess okay okay denn so macht das Ganze keinen Spaß so macht das Ganze keinen Sinn ja mit dir macht es auch keinen Spaß Marvin so muss man offen und ehrlich sagen wenn man von Leuten wie Flair nur weil denen eure Meinung nicht passt unterdrückt wird bedroht wird beleidigt wird stopp sagt Marvin der letztes Jahr als ihm meine Meinung zu seinem äh Verhalten in der Sinan Sache nicht gepasst hat und ich war da nicht beleidigend überhaupt nichts ich habe einfach nur meine Meinung gesagt er sagt es hier gerade dass er ich werde von Flair unterdrückt nur weil ihm meine Meinung nicht passt werde ich unterdrückt beleidigt und bedroht er hat genau das gleiche bei mir gemacht letztes Jahr genau das gleiche hat mich unterdrückt hat mich gemobbt hat versucht die Leute dazu auf zu rufen mich fertig zu machen hat auf irgendwelche kleine Pisskopf YouTuber reagiert die Thumbnails gemacht haben wo ich tot am Boden lag hat geschrieben alles weitere klären wir dann vor Ort und sonst irgendwas ist cool mit äh mit Belasch der mich auch beleidigt und bedroht hat weil ihm auch meine Meinung zu ihm nicht gepasst hat und er ist jetzt der große Moralapostel der Ehremann wurde es jetzt dann bei Flair ankreidet wer redet da wer redet da Marvin du du redest darüber du bist eigentlich original der Letzte der sich darüber aufregen kann ey das ist so lächerlich Alter und Gefahr läuft dass du oder deine Familienmitglieder gedoxt werden ja das Doxing ist nicht okay ich betone ist nicht Sinn und Zweck der Sache das ist nicht Hip Hop erinnert ihr euch eigentlich könnt ihr euch eigentlich noch erinnern letztes Jahr ebenfalls als ich den den Beef mit Marvin hatte könnt ihr euch noch erinnern wo Marvin in seinem Stream erzählt hat ich hab den Ausschnitt ihr könnt euch wenn ihr wollt guckt euch mit meinem Video die Akte Saltifonia an da hab ich in diesem Video hab ich einen Ausschnitt eingespielt wo Marvin sagt hm vielleicht müsste man ja mal den Arbeitgeber von Jasis rausfinden vielleicht müsste man jetzt mal rausfinden und mal da anrufen ob der weiß was der Jasis da so im Internet redet das war ja halt einfach original ein unterschwelliger Aufruf an seine Community meinen Arbeitgeber diese Schule an der ich arbeite rauszusuchen und mich zu doxen oder nicht das war original das gleiche gewesen du Heuchler da war das okay und jetzt bist du das große Opfer weil das gleiche dir passiert Marvin schmeckt seine eigene Medizin nicht Wasser predigen und Wein trinken ein kompletter Wendehals ein kompletter Heuchler und da kann ich sehr wohl mitreden weil du hast den ganzen Scheiß bei mir versucht letztes Jahr hat bloß nicht geklappt hat bloß nicht geklappt bist bloß auf die Schnauze gefallen und hast dich dann ergeben Hilfe es tut mir leid ich mach so eine schwere Zeit durch und jetzt ist es schlimm wenn andere das machen wie gesagt kein Mensch sagt dass es okay ist aber bei dir war es auch nicht okay was für ein Heuchler Alter du bist nicht Hip-Hop Flair ja du bist auch nicht Hip-Hop Marvin du bist schädlich für Hip-Hop du auch Hip-Hop keinen Gefallen mit deinem Verhalten du auch nicht und bist einfach die toxischste Person in der Deutschrap Szene nee wie gesagt also das mit der Mutter ist definitiv too much ja wie gesagt hat keiner keiner Menschenseele was getan ist da überhaupt nicht mit drin Flair ist natürlich ein empathieloses Stück Exkrement und kann da nicht differenzieren ja und Digga du kannst nicht mal mit einem Taschenrechner differenzieren du kannst nicht mal mit einem Taschenrechner differenzieren du bist der unreflektierteste Mensch den ich jemals kennengelernt habe du bist du bist der Widerspruch in Person du bist gar nicht in der Lage zu differenzieren laber doch keine Scheiße vielleicht wenn ich in Deutschland bin streame ich auch mal mit ihr das haben wir sowieso schon gesagt das wird super lustig Digga ja das würde ich dir nicht empfehlen wenn du wenn du dir Sorgen machst dass deine Mutter in die Öffentlichkeit gezogen wird und angegriffen wird dann stream lieber nicht mit ihr du hast eine sehr große Reichweite und deine Mutter kann von Hatern immer mit reingezogen werden und genau deswegen habe ich das zum Beispiel nie gemacht immer Gesicht zensiert immer geguckt dass die Profile nicht öffentlich sind und fertig aber musst du selber wissen das ist wirklich eine ganz Liebe die hat auch schon so viel Scheiße mit mir durch und jetzt ist wegen mir auch noch so eine Scheiße am Start die kümmert sich in Halle um alte Leute geht mit denen einkaufen und so weiter ist toll von seiner Mutter finde ich gut top riesen Respekt an Marvins Mutter wirklich riesen Respekt an seine Mutter Grüße unbekannterweise ist bestimmt eine ganz Liebe macht denen einen schönen Lebensabend das ist etwas was sie bewegt das ist etwas was sie antreibt nicht Geld nicht Profitmaximierung sie mag es Menschen glücklich zu machen und ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern weint er jetzt oder was mag ich eigentlich auch das mag er eigentlich auch okay Leute also nochmal zum Schluss bevor ich anfange noch ein paar Gedanken dazu zu verlieren erstens kein Mensch hat irgendwas gegen Marvins Mutter so ich würde auch niemals dieses Leaken machen ich finde das auch nicht gut das ist nicht richtig und ich würde auch niemals jemandem Gewalt androhen der überhaupt gar nicht Bereitschaft dazu signalisiert hat oder sonst irgendwas generell ich bin gar kein Fan von Gewalt so aber der Typ der sich hier so krass darüber beschwert hat unser Marvin California ja der ist einfach der wandelnde Widerspruch sowohl dieses Echauffieren über Mutterbeleidigungen als auch so ganz viele anderen Sachen ich habe ich habe hier auch noch ein paar sehr interessante sehr interessante Ausschnitte zu Marvin darüber dass er sich darüber aufregt dass Leute Gewalt androhen Mobben unterdrücken Mutter beleidigen dass das gar nicht reingeht schauen wir uns mal hier an was haben wir hier da war Mutterbeleidigung noch okay ich muss es nicht unnötig wiederholen hat ja jeder gehört da war das lustig die Mutter reinzuziehen und zum zum Thema Gewalt androhung und wenn einem die Meinung nicht passt unterdrücken und was weiß ich was wenn Marvin also so ein riesen Problem damit hat mit Leuten die physisch werden und Gewalt androhen hier weil er so ein Opfer ist dieser ekelhafte widerliche unfassbar dämliche Psychopath Flissi du weißt ich habe deine Adresse das weißt du ja ich weiß du guckst gerade zu weil du nichts anderes zu tun hast du weißt ich habe deine Adresse das wirst du sehr bereuen das wirst du sehr bereuen zieh am besten schon mal um zieh am besten schon mal um oh man oh man und du ekelhafter dürrnenspross ja so ist das keine Beleidigung gegen die Mutter dürrnenspross zieh am besten schon mal um das war ein Fehler ich weiß wo du wohnst ist das keine Drohung egal wie lächerlich Drohungen von Marvin California sind es geht ja nicht immer um das Potenzial sondern um die Intention so und von wegen Sachen leaken doxen und sowas habe ich ja auch einen interessanten Ausschnitt Digga ich habe einen Ordner über dich der ist fetter als mein Pornoordner ok wer hat eigentlich heute noch Pornoordner das kann man noch alles streamen TAM Speicherplatz Verschwendung Marvin deswegen ist der Rechner von Marvin auch immer so laut zum Speicherplatz belegt der wird geöffnet der wird geöffnet Stück für Stück mach dich auf was gefasst mach dich auf was gefasst damit damit hast du etwas in mir ausgelöst was ich nie wieder in mir auslösen wollte ist das nicht eigentlich auch der Spruch den Skurros gebracht hat mit ich habe Ordner über euch also auch so ein bisschen Ansagen biting so hier noch ein wunderbares Beispiel ein wirklich wunderbares Beispiel dafür wie schlimm für Marvin Drohungen zwecks Hausbesuchen und sonst irgendwas sind auch wirklich ganz tolles Beispiel Ja ich bin natürlich logischerweise innerlich sehr aufgelöst würde am liebsten zudem nach Hause und was würde Marvin dann bei Flair zu Hause machen klar wir haben da Expectations versus Reality aber was genau würde Marvin zu Hause machen wollen auch das ist ja eine Drohung man fragt sich auch man fragt sich auch ernst wie geht das jetzt eigentlich zusammen mit diesem Tweet an die Polizei Berlin Hallo Polizei Berlin ich will nach Deutschland kommen aber Rüpel Rapper Flair bedroht mich und ich habe Angst ich habe sehr Angst wie passt es jetzt eigentlich damit zusammen ja was denn jetzt Marvin hast du jetzt Angst und willst Hilfe von der Polizei oder bist du der krasse Typ der kurz davor ist vor Flairs Haus zu gehen und was weiß ich ein Community Treffen da zu machen oder sonst irgendwas ja was denn jetzt wie krass kann man eigentlich die ganze Zeit selber offenlegen dass man eine Heuchler ist dass man widersprüchlich ist dass man ein Wendehals ist er beweist es jedes Mal selber aufs Neue sein Reihenhaus ich komme ein paar Tage er kommt in ein paar Tagen dann wird der Action gemacht also Marvin kommt in ein paar Tagen und will dann Action vor Flairs Haus machen es ist natürlich etwas was definitiv nicht passieren wird aber die Intention wie ich schon gesagt habe kein Meter besser als das was er bei dem Anderen ankreidet jetzt habe ich noch Schönes aber man sollte die Familie von jemand nicht rein ziehen wie lange war die Story online von Flair 20 Minuten 25 40 Minuten für jede einzelne dieser 40 Minuten Flair werde ich mich bei dir revanchieren für jede einzelne dieser Minuten werde ich mich bei dir revanchieren und ich bin ein sehr rachsüchtiger Mensch krass ich bin ein sehr rachsüchtiger Mensch also das das ist zumindest Realtalk von Marvin er ist wirklich ein rachsüchtiger Mensch das kann ich bestätigen das juckt in den Fingern ey Leute zwei Anrufe müssen getätigt getätigt und das würde ganz anders geklärt werden es juckt wirklich in den Fingern aber ich möchte dieses Karma auf mir nicht drauf haben ich möchte dieses Karma auf mir nicht drauf haben das muss auch kein Mensch verstehen oder dass man sich da auch nicht selber lächerlich vorkommt wenn man da auf Twitter vor der Polizei Berlin als Gewaltopfer betrachtet werden möchte und dann solche Ansagen rausspuckt aber das ist ja so ein Widerspruch den ich ja bei Marvin schon seit längerer Zeit immer wieder so anspreche dass er einfach diese Szenarien liebt in denen er so der krasse Street Typ ist weil er ist ja in Halle in einem Problembezirk aufgewachsen hat früher war echt früher ein wütendes Kind und sowas er will ja damit immer so ein bisschen andeuten hey ich bin auch von der Street ich habe auch ordentlich was auf dem Kerbholz ich bin ein krasser Typ so ja was bist du denn jetzt ja was denn jetzt was bist du denn jetzt das ist ja genau Ralf das ist es es ist peinlich ganz genau das ist es und und bedenkt bedenkt das ist der Typ dem wir gerade 20 Minuten lang dabei zugehört haben wie er Mitleid gefordert hat von den Zuschauern dafür dass Flair ihn bedroht hat was kacke ist was er aber selber auch tut bei anderen auch bei mir sogar dass er Empathie eingefordert hat dafür dass seine Mutter mit reingezogen wird was er bei anderen applaudiert oder sogar selber zurückgibt also Feuer mit Feuer bekämpft er hat erklärt dass er die Polizei zur Hilfe gezogen hat und bei diesem die Polizei hinzuziehen hat er erklärt dass er so große Angst hat und eigentlich ja bloß nach Deutschland möchte aber nicht gejagt werden will macht aber dann Andeutungen genau dasselbe zu machen andersrum ich weiß wo du wohnst ich kenne deine Adresse ich komme dahin einen Anruf und es würde anders geklärt das ist einfach ein personifizierter Widerspruch der Typ personifizierter Widerspruch ich hoffe ich hoffe dass ein paar Leute mir zugucken und das auch sehen dass es geht mir doch überhaupt gar nicht darum das gut zu reden mit seiner niemand redet es gut in der ganzen Sache nicht von Anfang bis Ende ich habe nie gesagt ich habe auch bei Sinan ich habe nie gesagt ich finde es gut dass Sinan das gesagt hat das habe ich nie gesagt egal was mir Leute nachsagen wenn ihr mir eine faire Chance gebt und den Content von mir dazu anguckt habe ich nie gesagt dass ich ein falsches spielspiel der nicht ehrlich ist der mit seiner riesigen reichweite in der deutschrap szene ein meinungsmacher ist und dabei diese macht mit seiner reichweite ausnutzt dass er selber ein unterdrücker ist dass er mobbt dass er nach unten tritt dass er keine ahnung wie viele jahre auf leon lovelock rumgehackt hat dass er versucht hat auf mir ein halbes jahr lang rumzuhacken dass er sich selber darüber kaputt lacht wenn andere mütter beleidigt werden oder sonst irgendwas und wenn ihm das selber passiert dann ist das geschrei groß der typ ist ein widerspruch in sich und das problem ist er ist ein meinungsmacher im deutschrap und hat demnach auch supporter follower die ihm folgen und die ihn auch zum vorbild nehmen bestimmt ein stück weit und ich hab einfach was dagegen dass jemand so eine art und weise salonfähig macht und das normalisiert dass das okay ist sich so zu verhalten das ist nicht okay und deswegen werde ich von meiner seite aus ihn dieses jahr nicht damit davon kommen lassen wir haben ihn letztes jahr damit davon kommen lassen wir haben seine entschuldigung angenommen und dann war die sache gegessen aber dieses jahr nicht dieses jahr nicht wirst du sehen und ich brauche dafür nicht irgendwo hinkommen was haben wir noch auch ein sehr interessanter ausschnitt den müsst ihr euch anhören der marvin der das kacke findet wenn einem gewalt angedroht wird hier ich sage dir flair falls du immer noch zuschaust direkt an dich du wirst nicht mehr mitbekommen was ich mache dir werden einfach sachen passieren und du wirst keine ahnung haben dass ich dahinter stecke das ist ich schwöre eigentlich müsste man lachen wenn es nicht so nervig eigentlich müsste man lachen dass der marvin echt sich selber nicht schlecht wie oft hat er jetzt gesagt ja ruse und jay die alten männer baba bartonek der alte man über wen was hat er flair mit anfang 40 so und so aber bruder du bist selber in dieser altersklasse und redest hier als ob du keine ahnung der kopf vom sinaloa kartell wärst es werden sachen passieren du wirst nicht wissen von wo oder von wann aber dann wird es von mir gekommen sein bruder wen willst du verarschen worte können nicht beschreiben was du für ein hampelmann bist worte können das nicht beschreiben hier auch sehr interessant so ein bild gab es aber auch mal über mich ich weiß auch wie sich das anfühlt youtuber plus zack und so ist man rübergefahren da so ist man rübergefahren ja und wisst ihr über wen es auch noch so ein bild gab richtig vom murwin schau 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 vom murwin kalifornia gab es auch so ein bild achtung info diese person unterstützt einen ja diese bilder stellt das ist in der kolosseum telefongruppe würde ich schon sagen die sind diese bilder sind aus der kolosseum telegramm gruppe das sind so eine truppe von leuten die sich da zusammengetan haben offiziell soweit ich das mitbekommen habe hat ali osman mit denen direkt nichts zu tun ja von seiner seite wurde das auf jeden Fall so öffentlich kommuniziert ähm Leute wie Bruce sagen natürlich ja der hat damit aktiv was zu tun und ja genau und da werden halt solche bilder hier gepostet unter anderem auch von mir ich hab einen sehr guten zuschauer der da anscheinend auch mit involviert ist ja in der truppe oder mit in dieser telegramm gruppe aktiv ist und ähm der hat auf jeden fall mir geschrieben als dieses bild dort veröffentlicht wurde und hat so auf lustig gemacht so hey bro nimm das bitte nicht so persönlich ja das ist äh äh so so der humor ne und diesen das und wenn du ähm wenn du es kacke findest dann kann ich auch äh sagen dass es äh dass man das bitte rausnehmen soll oder sowas ja und natürlich ja habe ich ihm gesagt Digga was ist das das ist doch kein Humor das ist doch nicht lustig bro also natürlich nehmt das bitte raus das ist eine sehr sehr schräge Form von Humor Digga ja und ähm ich glaube das war dann ein Tag drin oder so und dann wurde das offline genommen ähm weil das natürlich nur lustig ist ja ey so Digga ja ganz ehrlich aber ansonsten äh ist äh gibt es mit dem äh Bruder kein Problem da ja der ist halt äh auch ähm wie gesagt einer der Zuschauer mit dem ich auch sehr sehr ähm aktiv Kontakt habe der mir auch schon viel mit Rat und Tat beiseite stand und deswegen natürlich auch kein böses Blut ne fand ich auf jeden Fall cool dass er da ähm schon vorab proaktiv auf mich zugegangen ist und gesagt hat ey wenn dir das too much ist oder so proaktiv dann ähm ja sag Bescheid Pädophil ja das war aber nicht lange in dieser Telegram Gruppe zu finden ja weil äh der hat am Anfang war ja dann noch ein bisschen stabiler der Murwin äh dann tauchte dieses Bild auf und dann war es bald aus dieser Telegram Gruppe verschwunden weil Murwin hat den Wendehals gemacht und zacki war das Bild dann plötzlich weg hu Digga ist das ein Keck ja also als ob dieses Bild in der Telegram Gruppe war dann habe ich um dieses Telegram Gruppen Bild zu löschen ein Video über das 11 Minuten äh Leak Video von Sinan gemacht und dann wurde das gelöscht genau so genau so das glaube ich genau so war es und merkt ja auch was er macht das ist so ein bisschen wie Kevin allein zu Haus äh bist du hier ganz alleine Ma'am sind sie verrückt ich bin ein kleiner Junge ich bin doch hier nicht alleine da kennt ihr das so richtig kindlich so was ich hab doch nicht das und das und das gemacht was ist das wie unglaubhaft kann man lügen Alter ach du scheiße Marvin ey der bringt ja komplett die Timeline hier durcheinander das wurde gepostet war glaube ich so ein Tag online und ich glaube drei vier Tage später kam erst diese 11 Minuten Liege überhaupt ja natürlich das wusste man ja nicht dass man vorher das Video gemacht hat ne Tage nachdem das gelöscht wurde aus der Telegram Gruppe du Vollidiot du ja Schärsche Genie setzt der sich da den ganzen Tag hin und recherchiert und kommt trotzdem nur gequillte Scheiße ja das nervt ihn das nervt Marvin dass sich da noch eine weitere Person neben äh äh Ruth mir und äh Mock in Wien rangesetzt hat und auch ein bisschen recherchiert hat um so ein bisschen rauszukitzeln wie viele Widersprüche du äh bietest das hat ihn genervt das merkt man und ich glaube das ist auch der letzte Ausschnitt es gab auch einen Moment wo er darauf angesprochen wurde oder vielleicht hat er Stellung bezogen auf äh Ruth warum er das nicht runtergenommen hat bei der Reaction auf Bababa Tuneck auf jeden Fall für Ruth und dann kommt folgende Antwort hast du auch gesagt Ruth und andere auch rausnehmen es ging dann nur um mich warum soll ich denen sagen ja äh und mach das und das und das und das und das und das naja vielleicht weil du jetzt gerade möchtest dass alle Mitgefühl mit dir ne vor allem mit deiner Mutter haben was auch vollkommen legitim ist aber da hättest du einfach dasselbe Mitgefühl der Mutter von äh von Ruth und Sinan äh gegenüberbringen können dasselbe Mitgefühl der Tante gegenüberbringen das hättest du da machen können hast du aber nicht ja Leute also das waren noch ergänzend am Ende ein paar Nachträge zu der kompletten Widersprüchlichkeit die ich nach wie vor weiterhin und jedes Mal noch mehr bei Marvin sehe in seinem ganzen Verhalten warum ich einfach seit letztem Jahr schon immer wieder diese Vorwürfe wiederhole und einfach davon überzeugt bin dass egal was der sagt ne andere Leute schaden der Rap Szene auch aber Marvin Kalifornia mit seinem unehrlichen Verhalten schadet der Rap Szene ebenfalls extrem er ist er ist ein Vorbild also jemand mit Reichweite ist ja immer auch ein Vorbild gleichzeitig kann mir jeder was anderes erzählen aber das ist einfach die Realität nicht für jeden bestimmt aber es gibt genügend Zuschauer Supporter Follower die sich ein Beispiel an dem nehmen und was der vorlebt ist die personifizierte Widersprüchlichkeit so zum Schluss möchte ich euch noch kurz von dem Telefonat von Marvin und mir erzählen ich wurde auch gestern ganz unverhofft spätabends um 22 Uhr meiner Zeit wurde ich von Marvin Kalifornia angerufen ich war ziemlich überrascht als ich seinen Namen auf meinem Smartphone gesehen habe um 22 Uhr 6 haben wir telefoniert ich werde jetzt auf jeden Fall nicht wortwörtlich paraphrasieren was ich euch aber erzählen werde ist er hat angerufen und er hat einen Text runtergerattert also so einen auf den Jesus ja ich wollte dir nur sagen dass du bla 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 da hat er mir geäußert dass er so enttäuscht über mich ist dass ich kein Mitgefühl habe mit der Situation mit Mutter bla 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 und hat dann so damit geendet dass er will ich soll seine Nummer löschen und mich nie wieder bei dem melden und dann ist Stille ihr müsst so überlegen das war so eine Minute eine Minute vorbei dann nichts Stille und ich bin so ich so okay soll ich jetzt noch darauf antworten oder führst du hier nur Monolog danach wie auf Kommando nochmal bla 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 ne ich will eigentlich keine Antwort ich hab eigentlich meine Antwort schon bla bla und dass du in dem Video gesagt hast und bla meine Entschuldigung bla er rattert nochmal runter noch ein paar Sachen von letztem Jahr und endet dann nochmal damit mit ja und auf jeden Fall und auf diesem Grund habe ich entschieden ich will nichts mehr mit dir zu tun haben melde dich nie wieder bei mir und lösche meine Nummer aufgelegt das war's wie so ein Angsthase also als ob er Angst hat vor der Antwort ich sitze da so mit meinem Handy dann habe ich ihm eine Sprachnachricht gemacht und was ich gesagt habe kann ich ja sagen ich hab dann gesagt zwei Minuten Monolog ohne den anderen zu Wort kommen lassen ist auf jeden Fall ziemlich feige weißt du was lösche meine Nummer auch und melde dich auch nie wieder bei mir fertig so genau so ist das Telefonat abgelaufen ich meine ihr müsst ja überlegen warum hat er mich überhaupt angerufen er sagt ja dass Flair so hektisch ist was ist er denn bitte warum hast du mich angerufen also du willst dass ich mich nie wieder bei dir melde und deine Nummer lösche lösche doch einfach meine und blockiere mich warum rufst du mich an um mit zwei Minuten sowas vorzubrabbeln und dann gleich wieder aufzulegen ja auf jeden Fall du bist voll das Arschloch und ich hasse dich ciao hä was ist das was ist das der ist doch so der krasse Alpha Typ und bla der braucht nur ein Telefonat und der kennt Leute und der ist im Problemviertel aufgewachsen und bla bla und dann kann der nicht mal aushalten wenn er eine Antwort kriegt bra ja soviel dazu das ist der Status Quo zu Marvin und ich denke das reicht für den Moment und dann dann Untertitelung des ZDF, 2020